Respekt in Bayern 3. Es ist kurz vor 7. Schönen guten Morgen am Samstag. Es wird hell, aber noch nicht so richtig sonnig. Im Moment im Wohnsiedel bedeckt bei 9 Grad und im Württemberg ist es stark gewöhnt auch bei 9 Grad. Hier ist Bayerns bester Wetterbericht. Und von Oberfranken bis Niederbayern gibt es heute Wolken und ein bisschen Regen Richtung Westen. Da wird es freundlicher auch mit Sonnenschein. Die Höchstwetter 12 Grad am Inn und bis zu 20 Grad sind in Unterfangen drin. Und der Bayern war Wetter Trend. Morgen am Pfingstsonntag im Westen freundlich, sonst wechselhaft und immer überlegen. Ab Pfingstmontag bis Mittwoch wechselhaft.